Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht es um die Modi, mit der wir eine Datei öffnen können. Wir haben uns letztes Mal schon mit Dateien auseinandergesetzt. Heute möchte ich mit euch die verschiedenen, um genau zu sein, es sind sechs Modi durchsprechen. Und zwar haben wir hier, ich schreibe sie einfach mal hier her, R, R+, W, W+, A und A+. Das sind die sechs Modi und die sind tatsächlich überall einfach identisch. Da gibt es keinen Unterschied zwischen irgendwelchen Programmiersprachen, da gibt es sogar nicht mal vom Betriebssystem irgendwelche Änderungen. Normalerweise heißen die immer so aus, ihr benutzt was ganz, ganz komisches, von dem ich noch nichts gehört habe. So, und was man jetzt hier machen kann ist, wenn wir R haben, dann öffnen wir die Datei nur zum Lesen und fangen vorne an der Datei an zu lesen. Das heißt, sagen wir mal, der Inhalt meiner Datei ist das hier, das ist einfach irgendein Random Shit, den ich gerade hier hergeschrieben habe, Mit R machen wir einfach folgendes, wir öffnen diese Datei und der Cursor sozusagen, ich möchte, dass ihr euch jetzt den vorstellt, fängt genau hier an. Ich schreibe den jetzt mal einfach so hier her. Das ist nicht der Inhalt der Datei, das soll mein Cursor darstellen. Das ist der Cursor, hier fängt der an. Und dann, wenn ihr lest, also zum Beispiel 1024 Byte, dann fangt ihr hier an so zu lesen, dann so und so weiter und so fort. Also immer eins weiter und weiter und so weiter und so fort. Das passiert bei Read. Achtung, ihr habt die Datei nur zum Lesen offen, das heißt, ihr könnt nicht reinschreiben. Reinschreiben wird euch einen Fehler werfen. Warum ist das jetzt irgendwie sinnvoll, nur zum Lesen zu öffnen? Und naja, sagen wir mal, ihr wollt wirklich nur lesen und ihr wollt zum Beispiel keine Config-Datei. Ihr wollt eine Config-Datei lesen, aber nicht schreiben. Dann könnt ihr diese Datei öffnen und jeder andere kann trotzdem immer noch auf diese Datei lesen zugreifen. Da passiert nichts Schlimmes, weil jeder kann diese Datei auf einmal gerne lesen. Der muss sich nur selber merken, wo er gerade in dieser Datei ist. Also ob er jetzt an der Stelle 1 ist oder an dieser Stelle hier hinten. Aber wenn ihr sie zum Schreiben öffnet und jeder schreibt einfach wild drauf los, dann passiert wieder das, was wir bei Multifreading an Problemen haben. Sagen wir einfach mal zwei Prozesse, greifen auf dieselbe Datei zu und versuchen die zu schreiben. Dann kommt hier sowas raus, wie wenn ich jetzt beide Hallo Welt schreiben lasse. Dann schreibt der eine Hallo und der andere kommt rein Hallo W. Und dann ist der nächste schon wieder dran. Sowas in die Richtung. Achso, ich habe das Leerzeichen nicht vergessen. Und das ist natürlich nicht in unserem Sinn, dass wir irgendwie so ein komisches Gewurschtel hier drin haben. Dann hätte ich ganz gerne schon lieber Hallo Welt und dann nochmal einer, der Hallo Welt schreibt. Also das heißt irgendwie, dass man sehen kann, okay, es sind zwei unterschiedliche Leute. Das kann ich nicht garantieren. Deswegen gibt es den Nur-Lesen-Modus. Das können unendlich viele Leute auf einmal machen. Beim Schreiben wird die Datei gesperrt in den allermeisten Fällen. So, das R Plus ist jetzt tatsächlich Lesen und Schreiben. Jetzt gibt es aber immer noch W und W Plus. Was die machen, kommen wir gleich dazu. R Plus setzt euren Cursor hier an Anfang und lässt euch lesen. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, ob ihr lesen wollt. Also wie gesagt, hier wieder der Cursor hin. Und ihr könnt dann diesen kompletten Text lesen, aber ihr könnt auch schreiben. Und Vorsicht, wenn ihr jetzt mit R Plus einfach anfangt zu schreiben, dann schreibt ihr hier. Also wirklich ganz vorne hin. Das heißt, es wird Hallo Welt ausgegeben, aber vor dem kompletten anderen Inhalt. Das heißt, ganz, ganz vorne rein. Da müsst ihr euch natürlich auch bewusst sein, dass ihr da vorne reinschreibt. Es macht Sinn, aber man muss es wissen. Und wenn ihr mit R Plus öffnet und euer Cursor ganz nach vorne gesetzt wird, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie mit dem Cursor ein bisschen weiter nach hinten zu gehen. Das macht man normalerweise mit der Seek-Funktion. Das heißt, wenn ich jetzt schreibe F.seek von, keine Ahnung, 5 zum Beispiel, dann wird mein Cursor um 5 Zeichen nach links, äh, nach rechts verschoben. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 Zeichen. Das heißt, mein Cursor ist hier. Und dann fange ich zum Beispiel hier an zu schreiben oder lesen, wenn ich jetzt mit R Plus die Datei öffne. Okay, so, jetzt W. W ist nochmal ein bisschen anders. Und zwar, W, ähm, löscht euch einfach eure komplette Datei. Das heißt, wenn die Datei schon irgendwie existiert hat, dann ist der Inhalt danach weg. Das heißt, ich lösche das jetzt tatsächlich mal. Und euer Cursor ist einfach da, wo er war. Also, es gibt ja nur eine Stelle, weil nichts drin steht. Was bedeutet, eure Datei wird tatsächlich überschrieben. Und überschreiben ist manchmal was, was man wirklich nicht haben möchte. Deswegen ist W wirklich ein Modus, den man mit Vorsicht benutzen sollte. Aber natürlich, Dateien, die noch nicht existieren, die werden natürlich auch erstellt. Das heißt, es werden einfach, die Datei wird neu erstellt sozusagen. Also, alles, was davor in meine Datei.txt stand, das wird einfach weggehauen. Und ihr fangt sozusagen von vorne an zu schreiben. So. Ähm, aber ihr könnt tatsächlich hier nur schreiben mit W. Und ihr könnt nicht lesen. Das heißt, ihr habt keine Möglichkeit, irgendwie hier anzufangen zu lesen. Das habt ihr mit W+. W+, ist zum Lesen und zum Schreiben. Hat aber auch den, also wie R+, im Endeffekt auch. Hat aber auch den Effekt, dass eure Datei, die ihr hattet, komplett gelöscht wird. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, jetzt hier, ähm, eine Blank-Datei zu beschreiben. Das sagen wir mal, das schreibt ihr hin. Dann ist logischerweise euer Cursor danach, weil ihr zuerst schreiben müsst. Am Anfang ist die Datei leer. Dann ist euer Cursor danach hier. Und dann könnt ihr wieder zurückseeken. Zum Beispiel hierher und könnt wieder anfangen zu lesen. Das wäre möglich. Okay. So. Jetzt nehmen wir mal wieder an. Wir haben eine Datei, meine Datei.txt. Und jetzt haben wir die beiden Modi A und A+. A ist nur zum Schreiben wieder, aber zum sogenannten Appenden. Das heißt, Append bedeutet, wir schreiben hinten hin. Also mein Cursor landet nicht hier vorne, sondern er ist hier hinten. Also hier ist der Anfangszustand. Wenn ich jetzt natürlich anfangen möchte zu lesen, habe ich ein Problem. Aber mit A kann ich sowieso nicht lesen. Ich kann mit A nur Appenden. Das heißt, hinten anfangen zu schreiben. Also A ist ein Modus, den ihr wahrscheinlich relativ häufig haben werdet. Genauso wie R. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas schreibe, dann schreibe ich halt hier hinten dran weiter. So wie ich es ganz normal machen würde. Okay. Dann. Ja. Mit A wie gesagt kann man nicht schreiben. Mit A plus. Äh. Mit A kann man nicht lesen. Mit A plus kann ich sowohl lesen als auch schreiben. Und die Dateien werden auch in beiden Fällen, also mit A und mit A plus, wieder mal erstellt, wenn sie noch nicht erstellen. Mit R werden sie nicht erstellt, wenn sie nicht existieren. Ähm. Aber mit A plus landet mein Cursor auch ganz am Ende. Das heißt, ich kann natürlich direkt anfangen irgendwas zu schreiben. Aber wenn ich was lesen möchte, dann habe ich direkt das Ende der Datei. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr mit A plus eine Datei aufmacht und ihr lest und es ist nichts drin. Weil euer Cursor, mit dem ihr lest, ist ja ganz hinten. Wenn ihr dann also irgendwann mal die Datei lesen wollt, dann müsst ihr den Cursor ganz, ganz nach vorne setzen oder wo auch immer ihr lesen wollt. Und dann könnt ihr anfangen zu lesen. Das heißt zum Beispiel K, D, X sind die nächsten drei Buchstaben und so weiter und so fort. Ja. Und das sind die sechs Datei-Modi, die ihr kennen solltet. Wahrscheinlich am interessantesten für euch ist A und R. Würde ich mal so behaupten. A zum Schreiben normalerweise und R zum Lesen. Die anderen braucht man in Spezialfällen. Aber in den meisten Fällen sollte man sich sowieso auf eine davon beschränken. Also entweder schreiben oder lesen und da macht es am meisten Sinn, irgendwie A und R zu benutzen. W macht auch komplett Sinn, wenn ihr zum Beispiel einfach eine Datei überspeichern wollt. Das heißt, ihr habt zum Beispiel ein Savegame, was komplett jedes Mal neu erstellt wird. Dann habt ihr jedes Mal eine komplett neue Datei. Das heißt, ihr macht natürlich W, überschreibt die alte Datei und schreibt den neuen Spielstand oder was auch immer rein. Oder irgendwelche, keine Ahnung, normalen Dateien, auf denen gearbeitet wurde, die komplett im Arbeitsspeicher sind. Die werden dann als Ganzes wieder zurückgeschrieben. So könnte man sich das auch natürlich dann überlegen. Okay, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.